Ja, willkommen im Hauptmenü, nein, nicht im Hauptmenü, im Escape-Menü, aber ich habe gerade gesehen, wenn ich Escape drücke, dann sehe ich da oben links bei meiner AirPigX, weil ich die zufälligerweise auch gerade ausgerüstet habe. In welchem Modus sie ist, ja. Single steht, ja, ich habe vorher schon gesehen, da steht da noch irgendwas hinter der Sauerstoffanzeige, ne, aber, ja, und ich habe mir mal sonst panisch durchgeklickt nochmal, weil er das ja sonst unten nochmal anzeigt, wenn du wechselst. Ja, genau. Weil ich denn immer nicht wusste, wo ich bin. Ja, schön. Also, ne, wenn ihr die AirPigX habt und zufälligerweise keine Sauerstoffanzeige. So wird's gemacht. Okay, so wird's nicht gemacht, aber egal. Ich will, ich baue jetzt ein bisschen was. Okay, die Klinger kommen in die Ecken. Also hier, die kommen in die Ecken. Wird egal. Und die kommen hier hin. Das kommt da hin und das kommt da hin. Oh, ich habe eine Idee. Ich mache einfach, wenn die doch sowieso im Fußboden sind, ne, dann mache ich doch einfach, weil wir ja immer diese drei breiten Gänge haben, mache ich einfach die Mitte von dem Gang, mache ich einfach mit dem Walkway. Wo denn gleich das Kabel drunter ist. Also, die Oxygen-Pipe. Das könnte gut aussehen und es funktioniert auch gleich. Ja, vielleicht. Also, ich weiß nicht, ob dir das Ding wirklich, ähm, zielt. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, aber wenn da drunter doch nichts ist? Ja, eben. Wenn da nichts ist, ist da nichts, was abschließt. Achso. Ja, aber wenn doch unter der, wo die Pipe drinläuft, da ist doch dann auch Fußboden. Ja, ja. Da geht doch, da ist doch keine Höhle denn oder sowas. Da müssen wir natürlich drauf achten, selbstverständlich. Okay, wir sind jetzt bei 650 Millibuckets angekommen. Hm, das reicht immer noch nicht so ganz. Ich brauche erstmal, ich will erstmal, erstmal brauche ich ein paar, erstmal brauche ich ein paar Collector und vielleicht ein Storage. Brauche ich halt auch gerne eine Collector. Vielleicht wirst du Collect-D. Oxygen Tank, Kompress-Steel. Ach, das ist ja einfach. Na, wenn du das sagst. Oh, warte mal, du brauche ich den, ja, den Heavy. Ach ja, ich brauche ja hier noch Dings. Tinkernister, rote Wolle, Kompress-Steel, Tinkernister, war ja nur ein bisschen Tin. Haben wir rote Wolle? Äh, kannst du ja sehr schnell selber machen. Wir haben ja nur, wir haben ja nur 62 Wolle, warum haben wir nur so wenig Wolle? Äh, weiß ich nicht. Ich hatte doch hier, ich hatte doch hier, warte mal, da fällt mir was ein, wir hatten noch Strings hier. Aber ist egal, ich brauche ja auch nicht so viel. Aber trotzdem ist das ein bisschen. Aber wo hast du, wo hast du die Farbe? Äh, welche Farbe? Oder was? Oder wie, wie soll ich rote Wolle machen? Äh, Farbe, keine Ahnung, wo wir die hatten. Aber, ähm, du kannst sie dir ganz leicht selber machen, indem du, äh, Cobblestone, Chiselst. Und, dabei, äh, kannst du dann halt irgendeine Farbe auswählen. Und den gefärbten Cobblestone, den kannst du wiederum dann einfach, ja, äh, mit Chemie auseinandernehmen. Ich habe, glaube ich, einen Nutzen für all unser Eisen gefunden. So. Wollen wir doch mal, wollen wir denn jetzt, wollen wir denn jetzt verstehen, was ich hier mal zum Auseinandernehmen benutzen kann, so für zwischendurch? Oder kann ich das hier einfach irgendwo, äh, was habe ich denn eigentlich? Aha. Kann das etwa nur 800? Gut, das hier einfach mal rein, ne? Tatsache. Ist ja geil, wo ist es jetzt hin? Weiß ich nicht. Worum geht's? Ich hab hier, ich hab hier einen roten Stein in den Chemical Decomposer gepackt. Achso, der ist sofort weg. Wieso ist das weg? Naja, äh, weil der ziemlich schnell arbeitet. Ja, aber wo ist es hin? Du hast keine, äh, hundertprozentige Chance, dass dabei immer was rauskommt. Du musst da ziemlich viel von machen. Achso, der zieht das jetzt nicht automatisch aus dem Ding hier irgendwo raus und packt's irgendwo anders hin oder sowas. In, beim Decomposer, welchen? Der im Chemiestand, äh, im Chemielabor steht? Nein. Ähm, mach ich das mal lieber im Chemielabor. Äh, ja. Besser ist das. Gut, äh, was wollte ich noch machen? Ach ja, genau. Da war ja was. Und zwar, wo haben wir die denn jetzt? Ich hab die doch irgendwo hingepackt. Hier, nein. Hier. Ja, was hast du? Ach. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Oh. Oh. Nett. Die brauchen wir anscheinend nicht. Und ansonsten mal gucken. Die Frage. Oh, das ist eine interessante. Kann man das machen? Was meinst du? Kann man das machen? Denke nicht. Oh. Das ist interessant. Ja, richtig. Hm. Ja, da kann überhaupt nichts raus. Ja. Mach ein paar mal mehr. Schadet nicht. Erstmal muss ich hier Platz machen. Geht das echt so nirgends? Okay. Ähm. Wenn ich das da rein möchte, mach das da rein. Mach das da rein. Okay. Hä? Insert. Und hier. Wieso geht das nicht? Wieso kann ich das Technetikum nicht in den Technetik, Technetium, äh, ins Packen? Mal sehen. Ah, ich glaub Technetium ist radioaktiv. Warum hab ich das denn in der Hand? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist dann das schon ein anderes Technetium als das, was im Fass ist, weil das halt schon am Zerfallen ist. Ist ja toll. Äh, Ansichtssache. Aber ich glaube, das geht so nicht. Silicon, Silicon, da haben wir doch ein bisschen was von, dann können wir doch ein bisschen was wegpacken. So, dann klassen wir hier einfach mal eins hin. Keiner gesehen. Ich empfehle jedem, der irgendwie Chemie hat, baut euch das doch einfach in Minecraft nach und lernt er das auch gleich. Okay. Dann brauchen wir ein bisschen Stein. Ich hätte gern einen Stein. Und noch einen Stein. Und noch einen Stein. Und noch einen, noch einen, noch einen, noch einen. Ich hätte auch gern einen Stein. So. Ähm, dann wacke ich hier rein und da rein hin. Und hier kommen wieder die Heat Exchanger rein. Und kommt denn da auch wirklich rote Farbe raus bei den Chemical Decomposer? Nein, das chemische Element für rote Farbe. Und das wäre? Weiß ich noch nicht. Ich kann mir nicht alles merken. Oder nicht. Weiß ich nicht. Ich hab's versucht. So, das kommt hier hin, das kommt da hin. Wolfram, Wolfram haben wir hier. Wolfram ist wichtig. Also, wichtiger ist eine rote Farbe. Nein, das, äh. Und das nehmen wir. Was der Hölle? Was denn? Ich glaub, wir haben gerade einen Asteroiden, äh, ja, so, runterkommen, ähm. Habe ich nicht mitbekommen. Ja, ja. Ja, was kriegst du auch mit? Äh, Schellen. So. Okay. Wolfram? Wolfram, hallo? Aha. Kommt der Wolfram hin, Leute. Hot. 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 Sag mit, das doch mal schnell. Äh, Wolfram? Keine Ahnung. Ja, ja. Hatten wir das denn noch nicht? Äh. Oh, das hatten wir tatsächlich noch nicht. So, Wolfram. Okay. Wolfram, 74. Ich. Unter dem Urlaub gehen. Na, verdammt. Hm. Also mit den Pipes hier wird das nichts. Die können nicht, äh, ordentlich übertragen. Ja. Natürlich doof. Ja, ja, dann nehmen wir wieder die extra Utilities-Dinger. Weil ich habe jetzt hier schon die Größe genommen, die es für Ender-IO gibt. Und die überträgt 800 Millibuckels pro Tick, was eigentlich ausreichen sollte. Ja. Ja, in dem Fall tut es das nicht. Hm. So, eine Fluid-Transfer-Load. Ja, mit der Fluid-Transfer-Load müsste ich eigentlich nur haufenweise Speed-Upgrades reinklatschen. Und der Rest dürfte sich von selbst regeln. So, mal gucken. Hier. Äh. Hier hin. Du, Rott. Unser Plan geht nicht auf. Was? Ich habe da jetzt, äh, sechs Stacks, ne? Der ist jetzt gerade beim sechsten Stack von, von einem roten Cobblestone, ne? Ja. Aber, äh, was habe ich denn hier noch? Led habe ich, Magnesium, Oxygen, Titanium, Chromium, Iron, Silicon, Sodium und Chlorine. Du müsstest Cobalt-Nitrat rausbekommen. Äh. Äh. Habe ich nicht. Ist aber mit drin. In Colored Cobblestone Red Frequency. Ja, genau. Du kannst es auch mit Wolle ausprobieren oder so ein Zeug, aber Wolle haben wir nicht so viel. Ja, das wäre ja dann auch ein bisschen doof, ne? Ja. Äh. So. So, das kann, glaube ich, erstmal hier wieder gelöscht werden. Ach, ist das herrlich. Ja. Das hier weg, 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 weg. Und das hier weg, 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 weg. Hm. Da machen wir erstmal was. Wofür brauchten wir das eigentlich? Wir brauchten das für den Tank, ne? Weil ich da noch ein paar Heavy Oxygen Tanks für machen wollte. Mal weil da erstmal was, ohp, weil da was anderes. Äh, erstmal ein Collector. Für den Collector brauchen wir Kompress-Steel und Aluminium. Mach mehrere Collector. Mach gleich ganz viel auf einmal. Ja. Event, da kommen wir vom Kompress-Steel und Tin. In Kanister. Gut, wir sind ein Fan. Ach, da brauchen wir hier. Wanden für. Konzentrator brauchen wir hier ein Event. Ein Event. Ja, ein Event. Ein Event. Nein. Was? Warum nicht? Äh. Weil ich das sage. Na gut. Euren, ach, ich nehme mir hier erstmal alle Platten mit. So, Speed Upgrade. Okay. Tin haben wir nicht. Ich glaube, das kann man auch noch reinklatschen. Zack, zack. Und zack. So, kann ich hier irgendwo, äh, Pin machen? Äh, inwiefern machen? Kompressor, äh, ja. Ja, die Frage wäre jetzt gewesen, ob du hier gerade irgendwas machst. Ach so. Oder ob ich da jetzt das Tin einfach mal in den Kompressor reinhauen kann. Ja, hau rein. So. Oh. Bei mir hat sich gerade das Spiel beendet. Also würde ich einfach mal sagen. Hm, das passt gut. Das ist eigentlich auch ganz gut, äh, wir können auch dann einfach mal, oh, ja, ich habe auch gleich keinen Sauerstoff mehr, ist auch super. Ist okay, wir hören einfach auf. Ja, also dann. Bis morgen. Tschüss.